Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Spiel und zwar Coast Quad. Ja, ein Simulationsspiel, was einen Adventure-Teil enthalten soll aus der Schmiede von Astragon. Ich bin wirklich gespannt, was uns erwarten wird und wir schlüpfen quasi in die Rolle eines Offiziers namens Finn. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was uns dann hier alles erwarten wird und ich würde sagen, ohne groß weiter rumzulabern, starten wir ein neues Spiel. Ja, und sind mal sehr gespannt, ganz neu heute erschienen. Vielen, vielen Dank auch mal an Buschbaum, die mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben und wir schauen jetzt natürlich erst mal rein. Der Einsatzleiter bei der Küstenwache, da Finn, ne? Gemeinsam mit der Crew und dem Kreuzer Daniel Defoe sichern wir unsere Grenzen. Aber heute bin ich nicht mit unserer Crew unterwegs. Ich habe schon den wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren. Oh, es beginnt dramatisch. Und meinen besten Freund kann ich nicht mehr trauen. Das klingt, äh, ja, nicht gut. Heute mache ich mein eigenes Ding. Allein. Mein Name ist Finn. Und das ist meine Geschichte. Erzähl uns deine Geschichte, Finn. Unsere, was, unsere Schiffe willst du lenken? Nur nach einem gleichen Ziel. Fern dir losgerissen treibe ich und dann lasst du dir. Mein Name ist dein Geist. Du Idiot, schau dich um diesen Moment. Hier bin ich. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Was machst du hier? Das ist private Haus. Ich kann nicht mehr aufhören. Es ist so hoch. Fürstest, fürchte du böse zwischen kalten Grollen, fürst das Meer, lass mich ringen mit den Wogen, einsam, haltlos, ohne wer? Ah, der Christen. Mhm. Weißt du Bescheid. Muss man ein bisschen schneller lesen. Hier. Oh, da geht's schon los. Auf hoher See. Zehn Stunden zuvor. Okay, gib mir einfach mal Gas. Du kannst mir keinen Fehler aushalten. Versuch nicht, mir zu folgen. Ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Wem soll ich denn folgen? Ich glaube, da unten links auf der Karte, da haben wir so ein kleines blinkendes Symbol und ich glaube, da sollen wir hin. Okay, halte die rechte Maus, das Gerüge, wenn du die Maus in die Kamera verändern willst. Ja, das ist natürlich sehr schön. Hier können wir ein bisschen rauszoomen, ein bisschen reinzoomen. Ja, sieht ja grafisch schon mal gar nicht so schlecht aus, ne? Schönes Wasser. Oben findest du die Option Kamera. Hier kannst du deine andere Version. Ja, 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 ja. Ja, mache auf der Suche nach einem alten Schiff, es battelliert auf einer bestimmten Strecke. Na, warte, jetzt seid ihr dran. Ich hol dich raus, Fatima. Fatima, ich hol dich raus. Auf der Karte unten siehst du das Suchgebiet eingezeichnet. Navigiere in Richtung des Pfeils und fahre das Suchgebiet ab, bis du das Schiff entdeckt hast. Okay, erinnert mich auf den ersten Blick ein bisschen an die Seenotretter. Ja, Fatima entführt unsere Schiffsmaschinistin. Ben, hör auf deine Kollegen. Du hast keine Ahnung, wie gefährlich sie sind. Okay, hier ist das Schiff. Wir gehen mal ein bisschen in den Windschatten. Fahrer fahren dem fliehen Schiff hinterher und stelle deren Besatzung. Auf der Karte siehst du, wohin das Schiff flieht. Okay. Das Schiff ist irgendwie schneller wie ich, habe ich das Gefühl. Oh Gott. Das ist ja gleich richtig aufregend hier, zu Beginn. Oh. Äh. Okay. Hier ist irgendwie Öl. Was? Die zünden einfach das Meer an? Diese verrückte Zündende wird heftig beim Bohnsenfrag an. Wow. Das ist aber nicht so schön. Ich muss an den Deck. Verfolge das Schiff und weiche den Feuerwalzen geschickt aus. Welche defilierende Besatzung entzündet. Du darfst das Schiff nicht verlieren. Ich werde das Schiff nicht verlieren. Es klingt auf, äh, es ist auf jeden Fall ein bisschen creepy hier. Gleich zu Beginn. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Dieser Mann ist wie ein Rache. Du kannst ihn nicht schocken. Komm schon, Leute. Zeit, um ihn zu sehen. Invisible? Was bedeutet das? Werden sie versuchen, zu erheben? Wer ist es egal? Ich gehe zu euch und steige über. Ja, das haben wir schon. Drehe endlich um. Übersetzen. Nochmal fühlt ihr mich nicht mehr so. Ich weiß, dass ihr irgendwo seid. Jawohl. Zollen wir uns die Typen. Finn hat die Schnauze voll und fährt alleine auf das merkwürdige Geisterschiff. Dort angekommen, setzt seine Erinnerung aus. Eintragen. Okay. Wow. Ja. Oh, mein Fenster ist verließ. Ich habe eine Waffe? Okay, das ist creepy. Scheide mit 1 die Taschen dabei. Wow. Ein Gesamt, die Gegend in den Inventar. Sie finden sich rechts unten. Eine Mauszeige. Kannst du in der rechten Maustaste an und ausschalten. Ein Hammer. Okay. Oh Gott. Moment. Beenden. Oh Gott. Ich komme nicht mehr ins Menü. Doch. Ich komme da oben ins Menü. Menü. Option. Maus sensitivity. Ich glaube, das können wir auch noch ein bisschen. Okay. Okay. Okay, jetzt ist die Maus sensitivity so gering. Wenn du Symbol auf Objekten siehst, kannst du damit hintergern. Und drücke hier für die linke Maustaste. Symbol auf Objekten. Okay. Ein Symbol auf irgendeinem Objekt. Oh, hier können wir durchkrabbeln. Wow. Wow. Suche die Benzimpumpe. Wenn du den Hebel umlegst, hast du wieder Strom. Okay. Wo ist die Benzimpumpe? Das ist nicht die Benzimpumpe. Das ist ja eher ein Horrorspiel. Die Simulation. Das hätte ich natürlich jetzt wirklich nicht erwartet, muss ich wirklich sagen. Alter, schwege. Okay. Ich muss die Benzimpumpe suchen. Hallo? Ist ja eine Benzimpumpe. Oh. Nur ein bisschen Getränke. Ein bisschen Schnappes für nachher. So, da sind wir gerade durchgekommen. Okay. Okay. Warte mal. Hier war da gerade ein Symbol. Da. Zu. Hier ist die Benzimpumpe. Zu. Hebel. Irgendein... Was. Irgendein alter Luftdruckkompressor momentan wüsste ich nicht anfangen soll. Vielleicht schaue ich mir den später nochmal genauer an. Okay. Das ist auch nicht die Benzimpumpe. Dann gehen wir weiter. Oh. Vielleicht ist sie das. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Die Benzimpumpe an. Es ist verrostet. Lässt sich aber minimal bewegen. Mit etwas Nachhilfe kriege ich ihn vielleicht... Okay. Dann nehmen wir den Hammer. Wie setze ich den nochmal ein? Wie setze ich den nochmal ein? Was müssen wir denn im Inventargegenstände im Raum anwenden? Zieh dafür ein Objekt aus deinem Inventar rechts unten auf die Stelle im Raum. Okay. Äh. Warum geht das nicht? Ich will mit dem Hammer das Ding hier wieder gerade dengeln. Manchmal musst du da... Jetzt hab ich wieder... Jetzt? Jetzt habe ich ihn in der Hand. Zieh am Weg, dass der Inventar rechts unten auf die Stelle im Raum, um den Mauszeiger frei zu verschieben. Drücke in den Maustaste. Okay, das ist tricky. Oh Gott. Das ist ja kompliziert. Du musst ja hier mit rechts, links Maustaste überall. Die selbe Zeit, wo die Benzimpumpe wieder an... Oh, warte mal. Wir können die Tasselampe ausmachen. Hmm. Hmm. Ich habe hier schon vorgebracht. Ich habe hier schon vorgebracht. Ich habe hier schon vorgebracht. Vielleicht werde ich ein paar Objekte finden, die meine Erinnerung ein bisschen spüren. Okay. Ich muss ein paar Objekte finden. Diese Tür ist verschlossen. Vielleicht können wir jetzt hier ein bisschen... Hier unten ist Wasser. Hier unten ist Wasser. Okay. Ich soll ein paar Sachen finden, um meine Erinnerung wieder. Ne? Hier, so. Oh. Wah! Das ist aber hell. Da ist die Birne geplatzt. Traum. Ach ja. Ich träume. Ja, ich träume. Ich muss aufwachen. Alles nur ein Halbtraum. Oh, da ist sie, ja. Was ist denn, Finn? Das ist Fatima. Das ist das, was ich? Das ist das, was ich? Da war ein Schiff. Ich träume, dass ich in den Karten bin. Und ich kann nicht vergessen, warum. Na gut, du bist nicht in den Karten. Aber vielleicht wegen mir. Du hast eigentlich nicht in der Karten, was du? Okay. Sehr, sehr verwirrend. Okay, 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 okay. Es ist nähe der Bohrinsel. So, wir düsen einfach mal los hier. Da ist die Bohrinsel, da ist ein Schiff, komm, da fahren wir mal hin. Jetzt sind wir aber hier nicht die schnellsten, würde ich sagen. Okay, aber ich glaube, dahin müssen wir hier, zu dem Schiff. Logbuch, aktueller Eintrag. Wir haben einen Notruf von einem Fischer. Wasser in Bruch, Ziel. Wir müssen zu Ihnen navigieren und eine Pumpe legen. Das tun wir doch. Ja, jetzt erinnert es mich natürlich noch mehr an die Seenotretter, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber mit diesem Adventure-Story-Teil da am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, wo wir auf diesem Geisterschiff da gelandet sind, das ist ein bisschen creepy. Da müssen wir mal schauen, was da noch auf uns zukommt. Jetzt sind wir auf jeden Fall erst mal 13 Wochen wieder in die Vergangenheit gesprungen. Also 13 Wochen zuvor erinnert mich alles ein bisschen an Terminator 5. Da ist man ja mit der Zeit auch immer ein bisschen... So, Zeitreise war da ja auch ganz groß geschrieben. Aber sehr geiler Film. Kann ich nur jedem empfehlen, den anzuschauen. Bin ja sowieso so ein Terminator-Arnold-Schwarzenegger-Film-Fan. Und ja, Terminator 5 war cool. War richtig cool. Vor allen Dingen der alte Arnie, ne? Richtig gut umgesetzt auch. Denn der Terminator altert ja nicht die Maschine an sich, aber die Hülle des Terminators, die altert. Und das haben sie richtig cool gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt gerade von Terminator 5 hier rede, bei Coastquad, aber ist auch egal. Okay, hier ist auf jeden Fall das Schifferboot. Schiff, Schiffboot, Schiffbrüchige Schifferboot. Fischerboot meine ich. Schiffbrüchige Fischerboot. Sagt mal ganz oft, Schiffbrüchiges Fischerboot. Schiffbrüchiges Fischerboot. Schiffbrüchiges Fischerboot. Das ist ein kleiner Zungenbrecher, den ich hier gerade erfunden habe. So, äh. Schauen wir noch mal kurz, dass wir den Bob hier noch retten können. Fickman von Dun & Foe. Das klingt toll. Okay, Pumpe übergeben. Oh, hier vorne. Das sieht man sogar. Okay, du kannst den Funkverkehr starten, indem du in dein Funkgerät klickst. Um deine Kollegen zu reden, drücke F5 für den Ego-Modus. Oh. Cool. Wow. What's your take on the situation, Colman? It's definitely gonna take some time for all that water to be pumped out. I'm just wondering what a troller is doing this far out. Way past the territorial waters. I'm guessing he's fishing for deep sea fish. I think we should run a check on the captain Figman. Just to be sure. Do you have the ship data ready for a data check? Oh, jetzt wird er noch geprüft. Leider noch nicht. Not yet, unfortunately. Can you please go get that information directly from the Figman? Okay, dann funken wir mal. Captain Figman, the pump has been installed and is up and running. Super. I actually have a few questions. Sie wissen, sie fischen in der äußeren Wirtschaftszone. Wie lautet ihr Korne und IMO? Wie ist ihr Heimathafen? Wer ist der Besitzerischuss? What is your call name and IMO-Number? Call name TKKB. IMO-Number 524-5434. You know that you're fishing in the exclusive economic zone. Only the bordering state is allowed to access and utilize the resources here. We are aware of that. We are selling under the flag of the bordering state and are also registered there. Okay, das ist interessant. Was ist der Einmal haben? Port Dekendale. Und sind sie der Besitzer? Hm? Okay, alles klar. Haben wir schon mal die Nummer und die IMO? I think we should run a check on the Captain Figman. Just to be sure. Do you have the ship data ready? For a data check? Sure, good. What's the IMO-Number? 524-5434. The fishers' home port? Poor Dekendale. Das muss man sich auch noch merken? TKKB. Wir haben jetzt nur noch den Schiff's owner. Nemo Schiffing Company. Also, dann geht's mit dem Plausibilität. Ja, das ist möglich. Da bin ich auch froh. Ich will checken, ob das Fischer ist legit. Ich werde wieder in touch, als nächstes ich die Resultate habe. Danke, Colman. Let's see, was die Resultate sind. Hallo. Kann ich hier ein bisschen zocken, dabei? Am Computer? Nee? Coast Quad spielen? Gucken wir doch mal raus und uns das Ganze von außen... Ja, das sieht schon nice aus, ne? Also, Ego-Perspektive ist schon geil, oder? Muss man mal so sagen. Hier ist der Olekad, den wir gerade leer pumpen. Oh. Die kann man auch runter. Oh. Okay. Die kann man direkt mal die... Wow. Cool. Jetzt habe ich die Dinger angemacht und die sprühen die ganze Zeit. Das ist ja blöd. Sprühen die immer noch? Nee, oder? So, warte mal. Was können wir denn noch alles Schönes machen? Ach, guck mal hier. Was denn jetzt? Hä? Okay. Hör mal auf, mich zu ärgern jetzt hier. Kann ich die auch von hier außen bedienen? Nee. Guck mal, hier haben wir unser kleines Boot. Das können wir jetzt auch noch raus... Das ist ja... Das ist ja cool. Oh. Das wollte ich nicht. Fahr mal wieder rein. Zap. Aber cool gemacht, auf jeden Fall, oder? Macht Laune. Sieht auch richtig nice aus. Also grafiktechnisch. Oh, hier unten können wir auch noch rein. Gucken wir mal, was da Schönes ist. Die Kantine bestimmt. Warte mal. Das würde ich jetzt gerade nicht drücken. Sagen wir, was macht... Ach so. Na, hat es mich aus Versehen auf das Boot gekommen. Das ist da aber jetzt auch ein schlechter Witz, oder? So, pass auf jetzt. Einfach mal die Tür kurz auflassen. Das wäre nett. Okay. Gibt es hier einen Lichtschalter? Das ist ja cool. Können wir hier noch direkt... Oha, wen haben wir denn hier? Larry. Wer ist Larry? Wer ist Larry? Ah, Aufgaben für das Labor. Das ist natürlich cool. Wir haben ein Labor. Okay. Interessant, interessant, interessant. So, machen wir wieder zu hier, dass Larry seine Ruhe hat. Ah, hier ist ein Verhörraum quasi. Das ist ja auch cool. Gott, wie groß das hier ist. Oh, hier eine Zelle. Das macht mir Angst. So, hier geht es raus. Okay. Hier geht es wahrscheinlich auch raus. Ja. Küchentür ist zugesperrt, wenn wir nur offen gekocht wird. Okay. Oh, la, 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 la. Die Musik ist, glaube ich, nicht Content-ID-frei. Ich hatte einen schrecklichen Traum. Was sagst du zu Captain Fragment? Ich hatte einen schrecklichen Traum. Ich wusste, was war es? Es war dark und kalt. Niemand war da. Und ich war geblieben. Oh mein Gott. Ich dachte, ich werde sterben. Oh. Dann ist es plötzlich. Es war Licht. Und du war da. Ach, Blitze. Das waren die geblatze Birne, du Held. Kein Blitz. Was denkst du über Captain Fragment? Fragment? Das ist auch wieder so ein Name, ne? Ich bin nicht der größte Fan dieser. Okay. Okay. Hm. The Captain Fragment fishes Alfonzinos. You need the required license for that around here. Right. I'm going to need to check that right away. I'd best radio them right now to clarify that. Well, I gotta get going. Okay. Ihr habt es gehört. Wir müssen die gute Fragment nochmal anfunken, um herauszufinden, um herauszufinden, ob sie denn diese Sondergenehmigung haben. Ja. Das geht hier nicht einfach mal so. Nicht, wenn wir hier sind. Oh, die Wände sind auch ein bisschen hoch heute. Oh, aufpassen, dass wir hier nicht seekrank werden und über die Regeln kotzt am Daumenbande. Na gut. In diesem Sinne würde ich mich aber erst mal aus dem ersten Part verabschieden, meine lieben Freunde. Lasst mir auf jeden Fall ein Däumchen da, wenn es euch gefällt, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich finde es ganz interessant auf jeden Fall. Dieser Adventure-Mode, beziehungsweise, dass wir hier so ein bisschen in der Ego rumlaufen können und alles. Und, ähm, joa. Ne? Hat was. Ja. Schreibt mir einen netten Kommi, wie ihr es findet. Und, lasst das Däumchen nach oben da, wenn es euch gefällt und ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, ich bin das mal raus. Euer Maggie. Tschüss.